Jemand in diesen heiligen Hallen massakrierte diesen mustergültigen Messdiener, der gestern noch nach dem Nachtgebet dem Miesner zur Hand ging. Jeder von Ihnen wird mir nun einzeln sein spezifisches Schaffen zu solch später Stunde erläutern. Herr Pastoralreferent, der Pastoralreferent hat für die bevorstehende Passion eine Passage aus der Bibel bereitet. Herr Monsignore, der Monsignore hat diese monströse Monstranz mit Premium-Polierpaste professionell präpariert. Herr Oberorganist, der Oberorganist hat diese nicht ordentlich tönende Orgelpfeife demontiert. Messdiener, ergreifen Sie den Oberorganisten. Aber, aber wie haben Sie gewusst? Jeder gescheit katholisch-konservative Kirchgänger kann kundtun, dass diese Pfeife heute bei der Frühmess dem Psalm noch perfekt pfiff. Abführen! Alles eine Frage der Aufmerksamkeit. Was uns aber noch viel mehr interessiert, ist die Frage, wie aufmerksam waren Sie? Die Vierzehnte. Die Vierzehnte. Action. Jemand in diesem heiligen Hallen massakrierte diesen mustergültigen Messdiener, der gestern noch nach dem Nachtgebet dem Mester zur Hand schritt. Fabi? Jeder von Ihnen wird mir nun einzeln sein spezifisches Schaffen zu solch später Stunde erläutern. Herr Pastoralreferent. Der Pastoralreferent hat für die bevorstehende Passion eine Passage aus der Bibel bereitet. Herr Monsignore? Der Monsignore hat diese monströse Monstranze mit Premium-Polierpaste professionell präpariert. Der Oberorganist? Der Oberorganist hat diese nicht ordentlich tönende Eugendweife demontiert. Messdiener an Erwarten für die Oberorganistin. Die Vierzehnte. Action. Jemand in diesem heiligen Hallen massakrierte diesen mustergültigen Messdiener, der gestern noch nach dem Nachtgebet dem Mester zur Hand schritt. Fabi? Jeder von Ihnen wird mir nun einzeln sein spezifisches Schaffen zu solch später Stunde erläutern. Herr Pastoralreferent. Herr Pastoralreferent. Der Pastoralreferent hat für die bevorstehende Passion eine Passage aus der Bibel bereitet. Herr Monsignore? Der Monsignore hat diese monströse Monstranze mit Premium-Polierpaste professionell präpariert. Herr Oberorganist? Der Oberorganist hat diese nicht ordentlich tönende Eugendweife demontiert. Messdiener an Erwarten für die Oberorganistin. Messdiener an Erwarten für die Oberorganisten. Messdiener an Erwarten für die Oberorganistin. Entschuldigung, die Oberorganistin ... Kapitän an Erwarten für die Oberorganistin.